Hallo, ich bin's nur. Ja, und haben Sie nicht auch das Gefühl, dass alles aus den Fugen ist? Ja, überall Missbrauch sogar bei der Bundeswehr. Rohe Leber mussten die essen. Wobei man sagen muss, in dem Krankenhaus, wo ich Zivildienst gemacht habe, da war das Essen also, boah, nach roher Leber hätten die sich gesehnt. Die hätten ohne mit der Wimper zu zucken auch lebende Schafe verputzt, wenn es welche gegeben hätte. Nun war die Bundeswehr schon zu meiner Zeit nicht für ihre feine Küche bekannt. Also in meiner Klasse war keiner, der gesagt hätte, verweigern, ich, niemals, ich lasse mir den kulinarischen Genuss der Feldküche auf keinen Fall entgehen. Die Sterne eines Generals sind ja nicht vermischelt. Ein Barrett ist ja kein Häubchen. Egal. Das mit dem Missbrauch war wirklich schlimm. Gerade bei der Bundeswehr haben sich viele gesagt, da hätte ich gleich Messdiener bleiben können. Im Grunde ist das Problem ja auch dasselbe. Bei der Bundeswehr, wie in der Kirche, zu wenig Frauen. Das können die Kerle nicht vergnusen. Da steigt der Hormonpegel, auch wenn man das in der Kirche nicht wahrhaben will. Der Wille zum Fortpflanzungsprozess ist den Menschen von Natur aus eingegeben. Man könnte auch sagen, Geschlechtsverkehr ist göttlicher Wille. Und wer sich heute für das Zölibat entscheidet, der verweigert sich dem. Oder er hat untenrum Probleme, das gibt es ja auch. Oder er mag einfach lieber Popohaue. Das ist ja auch nicht selten. Aua, 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 aua. Jetzt streiten sich die Missbrauchsopfer mit der Kirche rum. Früher hätte man gesagt, kann man da nicht mal einen Schiedsrichter einschalten. Aber das geht ja auch nicht mehr. Da lobe ich mir die Evangelien. Da ist der Missbrauch relativ selten. Die fahren nur besoffen durch Hannover. Wenn ich unsere Kirchenväter richtig verstanden habe, liegt die Schuld ohnehin bei den Opfern. Und der Sexualisierung der Gesellschaft. Ja, das stimmt natürlich. Die Herren Bischöfe haben natürlich Probleme damit, wenn andere unbeschwert Sex haben. Das macht die nervös. Und offenbar auch aggressiv. Und da gibt es eben Ohrfeigen. So ist der Mensch. Ein primitives Bündel aus Reizreaktionsprozessen im Gehirn. Der Mensch ist hormonell. Da kann ein Bischof so lange zetern, wie er will. Das wird er nicht ändern. Er ist ja nicht Gott. Und Gott meldet sich ja nun gerade mal gar nicht zu Wort. Warum auch? Er hat ja mit der Kirche nichts zu tun. Gott wird schon wissen, warum der Sex zur Natur des Menschen dazugehört. Ohne Sex hätten wir ja gar keine Gesellschaft mehr. Dann gäbe es keine Menschen mehr und die Kirchen wären leer. Da wäre sogar das Zölibat kein Problem mehr. Und der Dämon der Lust stände in der Gegend rum und wird sich wundern. Wird sagen, kein Sex ist schon schlimm. Aber dass ich jetzt auf die Bohnen mit Speck in der Kaserne verzichten muss, das geht ja gar nicht. Und dann würde er sich erschießen. Zurecht. Wie ich meine.